Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, keine Review oder sowas und ein kleines Video, was wahrscheinlich den wenigsten von euch wirklich gefallen wird. Auch komplett uneditiert, deswegen werde ich hier jetzt nicht großartig was schneiden, sondern das in einem Rutsch durchziehen. Das muss auch mal sein. Batman v Superman, Dawn of Justice, gerade raus. Ich werde mir diesen Film nicht im Kino angucken. Ich habe mich dazu entschieden, ich habe lange drüber nachgedacht, Pro und Contra abgewogen und euch natürlich erklären, warum ich diesen Film mir nicht im Kino anschauen werde. Das hat drei Gründe ungefähr. Erstens, klingt ein bisschen hart, aber ich habe Besseres zu tun. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als mich in einen zweieinhalb Stunden Film reinzusetzen, der nach den meisten Meinungen ziemlich kacke sein soll. Also, sorry, ich will mir natürlich keine voreilige Meinung bilden über diesen Film. Ich will ihn auf jeden Fall sehen, wenn er auf DVD im Blu-ray draußen ist. Ich will mir halt wirklich einfach keine Meinung bilden jetzt vorher, aber gemessen an dem, was ich gehört habe, habe ich mich einfach jetzt dazu entschlossen, okay, ich habe Besseres zu tun, als mich in einen zweieinhalb Stunden Film reinzusetzen, der potenziell einfach mal scheiße sein soll. Zweiter Punkt, es ist teuer. Wieder gesagt, zweieinhalb Stunden Film, locker 13 Euro mit 3D und so weiter. Kann ich mein Geld in andere Sachen investieren, um ganz ehrlich zu sein? Und der dritte und ausschlaggebende Grund für mich ist, wie gesagt, der Film, ich habe von vielen gehört, dass der Film nicht so pralle sein soll. Und ich habe auch gehört, dass später auf DVD im Blu-ray ein Directors Cut von dem Film erscheinen soll. Und ich habe auch gehört, dass bei dem Film locker eine halbe Stunde rausgeschnitten wurde wohl. Und das sind alles so Faktoren, warum es sich für mich persönlich einfach nicht wirklich lohnt, mir diesen Film im Kino anzugucken, um zu sagen, okay, die Kinoversion ist vielleicht Mist, um dann später auf DVD den Directors Cut zu sehen oder auf Blu-ray und dann zu sagen, der Directors Cut ist gut. Kann ich auch gleich auf den Directors Cut warten, wisst ihr? Je nachdem, völlig egal, was ihr jetzt davon haltet. Ich weiß, den meisten wird es vielleicht nicht gefallen. Ihr wollt eine Review zu dem Film haben, sorry. Müsst ihr noch ein halbes Jahr dann eben drauf warten. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt meine Gründe einfach nachvollziehen. Und es gibt einfach andere Filme, die ich im April dann jetzt einfach sehen will, die mich deutlich mehr interessieren als Batman v Superman, Dawn of Justice. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Film hat mich auch nicht wirklich interessiert, ganz einfach. Ich bin zwar auch ein DC-Fan, ich mag diese Figuren, mich interessiert die Welt, ich mochte Man of Steel, aber irgendwie hatte ich nicht wirklich das Verlangen, mir diesen Film anzuschauen. Ja, es gibt einfach Filme im April, auf die ich mich mehr freue, zum Beispiel The Jungle Book von Jon Favreau. Muss ich sagen, sieht ziemlich geil aus. Und auch Huntsman Winter's War oder Huntsman and the Ice Cream heißt er ja bei uns. Auf den freue ich mich auch sehr, weil ich den ersten Teil wirklich mochte. Das sind halt alles so Filme, auf die freue ich mich deutlich mehr als auf Batman v Superman. Und in die möchte ich dann doch eher mein Geld reininvestieren, als in das nächste große Superhelden-Fiasco. Nun, du gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet es nachvollziehen. Nur ein ganz, ganz kurzes Video zwischendrin, damit ihr wisst, was abgeht und meine Gründe ein bisschen nachvollziehen könnt. Und damit ihr nicht ständig jetzt auf die Review wartet und sie halt einfach nicht kommt. So, dann, das war's von meiner Seite. Habt einen schönen Tag, habt noch einen schönen Ostermontag. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann. Ciao.